Ich glaube, wie jeder Mitglied hat sich einiges in letzter Zeit aufgeschaut bezüglich der Einfädler. Es sind von beiden Seiten Fehler gemacht worden und die möchten wir jetzt auch offiziell aus dem Weg Ich und der Ibiza haben heute ein sehr langes Gespräch geführt und wir müssen einfach sagen, wir haben uns beide geeinigt und verstehen beide Ansichten. Was heißt, wir verstehen einander die Meinung und ich respektiere auch das, was der Ibiza gemeint und worum es immer geht. Und er versteht auch meine Ansicht, warum ich das teilweise nicht spiele. Also wir möchten einfach sagen, das war wirklich jetzt eine schwierige Zeit und wir haben uns ausgerichtet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir alle miteinander jetzt am Morgen ein super Rennen haben und dass da eine gute Stimmung ist und nicht einfach irgendein schlechter Stern über dem Ganzen hängen. So, jetzt muss ich zu meinen Fans in Kratisch sprechen. Die Herren, liebe Männer, Sie wissen, dass das alles was vorhin'� Stunden geschah war, wir haben und Marcel eines immer einen sehr langen Gespräch. Ich habe einen rechtlichen Gespräch und wir eine 겁니다 ges辦, und wir haben total alles gemacht. Wir haben unsere Freude sie geholfen und jehohe Vertrauen, ich glaube, dass es sehr lange lang dauert. Ich und Marcel haben eine schon lange Freundschaft und ich will diese Freundschaft nicht beenden und dass nichts zwischen uns steht. Vielen Dank!